Hallo zusammen! Kennt ihr das auch? Schmerzende Beine nach einer durchtanzten Nacht oder einem langen Shoppingtrip? Muskelkater nach dem Lauf am Wochenende? Ich habe etwas gefunden, das Linderung verspricht. Den Venenwalker. Der Venenwalker besteht aus dem Gerät an sich, zwei Beinmanschetten, zwei Verbindungsschläuchen und einer Bedienungseinleitung. Das einzige, das man braucht, ist eine Steckdose und ein gemütliches Plätzchen zum Relaxen. Mit dem Bein schlüpfe ich in die Manschette, die aussieht wie ein großer Luftmatratzenstrumpf. Der Schlauch verbindet Gerät und Beinteilen. Was toll ist, wenn nur ein Bein schmerzt, kann ich auch nur einen Schlauch anschließen. Die Bedienung ist denkbar einfach. Den Anknopf drücken, den Schalter fürs Aufpumpen umlegen und die Intensität über den Regler einstellen. Aber was zunächst aussieht, als müsste ich ein Zelt aufbauen, entpuppt sich als Wellness für die Beine. Der Walker beginnt mit einer speziellen Wechseldrucktechnik, das Bein zu massieren. Nach einer halben Stunde pumpe ich das Gerät wieder ab und fühle mich wie neu geboren. Der Walker bedient sich hier Elementen klassischer Lymphdrainage und kann Beinbeschwerden lindern.